Das ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf den Schuhen, weil es auf Karlshorst gelangt ist. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach getroffen? Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen, nie das verrestige Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Nichts als Feiglinge! Verreißer und Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lachen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang, dass das Militärme der Aktion nur behigert! Es hat mich jeden nur als Wettbewerb... Widerstand! Ich hab mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volk! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei denen verlasse, dürfen Sie sich, der Fall ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Du machst ein, was Sie wollen! Die Co boxes sind Spart ein, als Sie wollen! imiz stand! Alles weg. Ja, ist es S Un beş. Untertitelung des ZDF, 2020